die kuh die bekommt jetzt bald babies ruhig bekommt jetzt bald babies und da freue ich mich auch schon drauf schreibt es in die kommentare ob ihr euch auch schon freut bis dahin tschüss hey paul sei still alles gut hey weiter geht's hey in die scheune müssen wir heute nicht hallo lucky heute müssen wir nicht da rein gestern haben wir schon ausgemistet komm mein freund ja weiter geht's weiter geht's weiter auf auf so ist fein nur hier müssen wir auch noch mal ran boah ist so viel arbeit meine güte ja das dach haben wir jetzt gerade fertig gestellt der mist ist auch schon bereit na klasse frisch geputzter traktor perfekt da freue ich mich habt ihr gut gemacht falls ihr das euch anguckt liebe mitarbeiterchen und mitarbeiterchinnen ist das die verniedlichung form mit gender sternchen warte mal mitarbeiterchen und mitarbeiterchinnen ja ja perfekt mitarbeiterchinnen richtig perfekt klasse gender sternchen note 1 klasse also dann bis dahin schreibt es einfach in die kommentare was ihr davon haltet und wir hören uns beziehungsweise ihr hört mich und seht das kleine umfeld so ein bisschen so da wollte ich euch mal ein bisschen so ein bisschen kleiner einblick gewähren und sag dann mal liebe grüße und bis bald ja und ja und